Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge von Querformat, der Podcast. Mir gegenüber sitzt Julian, mein Podcast-Producer. Ja, hallo Lukas, ich freue mich, dass du mit an Bord bist im Querformat-Team. Ja klar, sehr gern. Und ich freue mich, dass du mich angesprochen hast, diesen Podcast hier mit zu betreuen. Denn bisher hatte ich ja mit deinem YouTube-Kanal noch nicht so viel zu tun. Aber ich finde das richtig super, dass ich jetzt im Audio-Bereich ein bisschen die Leute interviewen darf. Das, was du ja normalerweise im Video-Bereich machst. Ja, gerne. Wollen wir vielleicht, bevor wir in die Folge heute rein starten, doch ein bisschen was erzählen? Damit die Leute auch wissen, mit wem sie denn das jetzt hier am Ohr zu tun haben. Ja, natürlich. Julian, dich kennt man von deinen vielen Querformat-Videos. Ich bin Lukas und schon länger im Medien- bzw. im Journalismus-Bereich aktiv. Und ja, habe, man könnte fast so sagen, mein Hobby zum Beruf gemacht. Denn mittlerweile studiere ich auch was mit Medien. Und du bist ja auch so ein richtiger Medientyp. Ja, das stimmt. Und machen wir quasi beide was mit Medien. Und ich freue mich sehr, dass das jetzt funktioniert, dass ich da mit dir zusammen den Podcast machen kann. Und in der ersten Folge tauschen wir uns beide ja auch aus. Und in allen weiteren Ausgaben und allen weiteren Folgen, da sprechen wir dann mit unterschiedlichen Menschen, die etwas Spannendes zu erzählen haben. Denn irgendwas Spannendes zu erzählen hat ja letztlich jeder. Das stimmt. Ja, ist auf jeden Fall richtig cool. Ich freue mich da schon richtig drauf, was du da für tolle Menschen interviewen wirst. Und heute hast du ja mit mir gesprochen. Ja, ganz genau. Wir haben heute ganz viel über dich gesprochen. Du hast über Querformat gesprochen, über die Entstehung. Hast aber auch von deinem Privatleben erzählt, wie das so funktioniert, YouTube und Privatleben. Und du hast mir auch verraten, warum du heute keine Unterwäsche trägst. Genau, da hast du recht, Lukas. Und ich glaube, das wird den einen oder anderen bestimmt interessieren. Und deswegen hören wir jetzt rein in dein Interview. Ich finde es total super, dass es endlich geklappt hat. Jetzt nach so vielen Jahren Querformat. Wie fühlt sich das an, wenn du da zurückschaust? Oh, es ist sehr bewegend. Also wir haben viel gemacht, wir haben viel geschaffen, wir haben viele, viele Leute kennengelernt, die wir interviewt haben. Unzählig tolle Menschen, tolle Geschichten. Und am meisten bleiben mir natürlich auch die ganzen CSD-Videos in Erinnerung. Weil da geht man hin, hat überhaupt gar nichts geplant, ist dort auf dem Platz, spricht mit Leuten. Und was man da für Geschichten erfährt, das kann man sich wirklich nicht, das kann sich der beste Drehbuchautor nicht ausdenken. Das ist wirklich lustig und interessant. Aber das geht mir bei meinen Videos genauso, gerade bei den verschiedenen Formaten, wo man einfach drauf losgeht und guckt, was passiert. Und häufig ist es, wenn man gar keinen Plan hat, wird es oft doch mal viel, viel besser, weil man dann ganz spontan sich von den Emotionen vor Ort leiten lässt. Und das kenne ich bei mir auch so echt gut, dass das echt gut funktioniert. Ich habe mir einige Videos angeschaut, ein paar ganz alte Videos von deinem, von Querformat. Damals hast du die Leute noch gesiezt und ein sehr schönes Zitat mit Ihnen, die Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauer begrüßt. Das war beim CSD-Video von 2019 in Leipzig. Ach du Gott. Wir sind heute nicht in unserem Sendegebiet unterwegs. Julian, was ist denn, da muss ich doch gleich fragen, was ist denn das Sendegebiet von Querformat? Also das Sendegebiet von Querformat ist deutschlandweit. Man muss natürlich dazu sagen, dass dieses Video vom CSD in Leipzig, was tatsächlich auch das erste war und ich dort auch die Zuschauerinnen und Zuschauer gesiezt habe, eigentlich ein Video für einen regionalen Fernsehsender war, für ein regionales Fernsehsender. Und die waren stattdessen in Sachsen-Anhalt, also zählte damals oder immer noch Leipzig nicht zum Sendegebiet. Deswegen habe ich das dort so gesagt und gesiezt natürlich ja, weil das ältere Zuschauer waren. Und eigentlich war das eigentlich nur so eine Schnapsidee, dass ich das dann tatsächlich auf YouTube noch hochgeladen habe. Ich dachte immer so, okay, man ist ja selber queer und dann kann man das auch mal auf seinen Kanal hochladen. Und so war eigentlich tatsächlich dann auch der Beginn von Querformat. Das heißt, der Kanal hatte aber bei dir schon bestanden oder wie war das? Naja, der Kanal hieß Julian Mietig und da hatte ich, keine Ahnung, drei, vier Monate vorher mal ein Video hochgeladen, wo ich auf dem Festival war. Aber ansonsten war da leer und den gab es aber auch schon viele Jahre. Und das war dann so, sage ich mal, das erste queere Video. Und dann kam ja auch Berlin und Anfang 2020 ging es dann los mit richtig queer Format. Also mein Kanal hieß damals noch Julian Mietig und Queformat gab es damals auch noch nicht, als wir die Videos von oder aus Leipzig und Berlin gesendet haben. Das heißt, wie muss ich mir das vorstellen? Hast du dich dann irgendwann mal hingesetzt und gesagt, okay, so, jetzt denke ich mir einen Kanaltitel aus. Jetzt will ich YouTube-Videos machen oder wie hat sich das bei dir entwickelt? Ich meine, ich weiß ja, dass du beruflich da auch schon ein bisschen vorbelastet bist. Genau, tatsächlich war das so. Also nachdem wir die Videos aus Leipzig und Berlin gedreht haben und veröffentlicht haben und das halt auch auf gute Resonanz gestoßen ist, haben wir halt gesagt, okay, wir wollen ein bisschen mehr machen. Und so kam dann eins ins andere. Also CST gibt es nicht das ganze Jahr. Das heißt, wir können nicht das ganze Jahr durch das Land reisen. Okay, wie können wir die Lücken füllen? Dann fragen wir doch einfach Leute aus der Community. So ist dann so das Querformat entstanden. Erst mit Freunden, die ich gefragt habe, hast du Bock, dich dort vorzustellen? Und einige haben gesagt ja, andere haben gesagt nein. Und dann ging das praktisch erst mit Freunden los. Und nach und nach kamen dann auch Leute auf mich drauf zu, die gefragt haben, kann ich denn mal meine Geschichte bei dir erzählen? Und dann war ich natürlich dann der Letzte, der gesagt hat nein. Und mittlerweile ist es auch so, dass wir auch deutschlandweit unterwegs sind und auch, ja, schon eine gewisse Reichweite auch nicht nur hier in Mitteldeutschland haben, sondern auch über Stadt- und Bundeslandgrenzen hinaus. Du sprichst immer von wir. Wer ist da genau wir? Na, ich habe ja so ein kleines Team zusammengestellt, die uns oder die mich unterstützen. Darunter du ja auch zählst als neuer Podcaster. Da müssen wir dann auch ein bisschen was drüber sprechen. Ja, du bist ja nicht einfach nur jetzt hier da, sondern hast natürlich auch eine ganz interessante Aufgabe. Aber daneben gibt es doch andere. Also ich habe noch Janina, die ist zum Beispiel so für das Managementbereich, für den Managementbereich tätig. Also sie ist so die gute Seele im Hintergrund, die alles so ein bisschen plant, die die Reisen plant, die schaut, wann wir wo sein müssen, welche Leute wir interviewen können und so weiter und so fort. Dann habe ich noch den Philipp, der macht auch Interviewfragen bzw. schreibt Leute an, der das halt so gerne macht und auch studiert. Genau, dann habe ich noch andere, die so ein bisschen Social Media Arbeit machen und so weiter. Also wir sind so ungefähr fünf Leute, mal mehr, mal weniger aktiv, aber ich glaube, dass wir ergänzen uns da auch sehr gut. Und dann habe ich auch noch mit meinem Freundeskreis natürlich Leute, die mich auch so technisch unterstützen. Also macht schon ganz Spaß, wenn man Leute auch mit gleichen Interessen dann auch zusammenführen kann. Also hat sich das mittlerweile schon richtig entwickelt. Du hast aber damals deine ersten Videos, hast du viel mit Nelson zusammen gedreht. Genau, das war ja mein Partner, der ist ja jetzt nicht mehr da. Deshalb muss man sie natürlich umstrukturieren und das war dann auch der ausschlaggebende Punkt, dass ich mir halt ein Team aufbaue. Und ich muss sagen, das funktioniert sehr gut und macht auch sehr viel Spaß. Das heißt, ihr habt dieses Projekt am Anfang gemeinsam realisiert und habt euch auch immer wieder gemeinsam vor der Kamera gezeigt, habt verschiedene Aktionen gemeinsam gefilmt. Ich erinnere mich da beispielsweise an das legendäre Ostereier suchen, auch eine sehr tolle Videoempfehlung. Natürlich. Da kann man auf jeden Fall mal reinschauen, das finde ich sehr, sehr witzig. Ja, und irgendwann kam dann der Tag, da war Nelson dann plötzlich nicht mehr da. Da haben die Zuschauerinnen und Zuschauer das aber nicht erfahren. Warum hast du dich da so dagegen entschieden? Sagst du, okay, meine Beziehung mache ich schon einen gewissen Punkt öffentlich, aber da ist es dann mit Nelson bei dir, wie es ja letztlich jetzt ist, vorbei ist. Hast du dann da sehr lange gebraucht, bis du das erst erzählt hast? Wie war das bei dir damals? Genau, also wir haben halt darüber auch gesprochen und gesagt, okay, das muss jetzt sich erstmal jeder erfahren, weil dann natürlich die ganzen Fragen, die über Instagram und so weiter, sofort reinkamen. Und dann habe ich gesagt, okay, man will ja selber erstmal seine Ruhe haben, muss das auch alles erstmal ein bisschen verarbeiten und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ich glaube im April war es dann, wo ich dann auch das erste Video dann wieder auf dem Kanal veröffentlicht habe, wo es um ein Outing ging, dann halt auch gesagt, dass ich jetzt alleine bin und genau, dann kamen dann auch ganz viele Reaktionen. Ich glaube, das war auch ein guter Moment, weil gerade wenn man halt in der Öffentlichkeit steht, dann muss man natürlich auch aufpassen, okay, was sage ich, was möchte ich den Leuten mitteilen, um sich auch in einer gewissen Art und Weise auch selber zu schützen. Und da habe ich mir halt gesagt, dass ich das vorerst nicht machen wollte. Und Querfahrt war dann auch in so einer Art Pause, also dann gab es auch in der Zeit keine Videos, weil es auch mal wichtigere Dinge gibt, außer nur im Mittelpunkt oder halt Videos zu produzieren. Und deswegen habe ich mich dafür auch entschieden, das erst später zu machen. Wie hat sich das dann für dich angefühlt in der Zeit, als du, wie du sagst, alles jetzt nochmal, ich sag mal, neu sortieren musstest? Als du dann Nelson weg war, die Zeit davor, das sind ja auch wieder Umbrüche, ihr habt ja zusammen gewohnt, Wie hat sich das dann entwickelt? War das bei dir? Ja, also tatsächlich hatte ich mit Querformat einen größeren Anteil am Projekt als er. Bei ihm war das immer so, er filmt und das war es dann auch. Also ich sag mal, das war eher von mir so ein Baby, mehr als bei ihm das der Fall war. Deshalb war es gar nicht so schlimm, dieser Umbruch halt in dem Format. Ich wollte halt trotzdem erst eine Pause machen, auch aus verschiedenen Gründen, auch arbeitsmäßig. Und dann hatte ich natürlich auch Prüfungen und so weiter. Deshalb hat es da auch nicht reingepasst und ich hatte auch nicht wirklich viel vorproduziert. Das heißt, dieses ganze Vorproduzieren, Leute ansprechen und so weiter, das hätte man auch noch machen müssen. Und deshalb habe ich mich auch für die Pause entschieden. Was auch gut getan hat, denn ich hatte immer das Problem oder auch die Angst, dass ich das Format immer noch so mit ihm verbinden werde. Aber das ist mittlerweile gar nicht mehr der Fall. Also weiß ich auch nicht. Also ich hätte mir das schlimmer vorgestellt tatsächlich, dass ich, keine Ahnung, noch an ihn denken muss. Aber das ist halt wirklich absolut gar nicht mehr der Fall, weil ich jetzt so viele tolle Menschen um mich habe, dass das halt überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. Das klingt aber trotzdem auch so, dass dir dieser Abstand zu Nelson dann wahrscheinlich schon sehr schwer gefallen ist am Anfang, dass du eben diese Ängste hattest. Ja, ich meine, nach einer Trennung ist es natürlich immer schwer. Man hat ja auch gewisse Gefühle für die Person gehabt und so weiter. Da braucht man auch eine gewisse Zeit, um sich auch zu sortieren. Und bevor ich mir selber nicht im Reinen war, war ich auch nicht in der Lage oder wollte ich auch meinen Zuschauern das nicht zumuten, einfach irgendwas zu machen, nur damit ich irgendwas mache. Sondern es ist ja auch immer noch ein Hobby. Und ich habe halt auch immer gesagt, wenn ich merke, dass mir mein Hobby keinen Spaß mehr macht, dann höre ich damit auf. Und da war die Gefahr, dass ich mit Zwang irgendwas produzieren muss und dabei den Spaß verliere. Und das wollte ich halt auch nicht riskieren. Und deswegen habe ich mir halt diese Pause auch gegönnt. Wie hast du das in der Pause gemacht? Also hast du da ein Rezept, was du anderen empfehlen kannst, die sich vielleicht in einer ähnlichen Situation finden? Wie bist du damit umgegangen damals? Also meinst du jetzt in der Pause, also nach der Beziehung oder mit der Pause von Queer-Format? Ich meine eher die Pause von der Beziehung. Also du hast ja auch eine sehr lange Zeit mit Nelson zusammen verbracht. Und wie hast du das dann hinbekommen, vielleicht auch gefühlsmäßig ein Stückchen da wegzurücken? Ja, also ich sage mal so, ich hatte es ja auch in dem einen Video schon mal angesprochen. Und man hat sich natürlich auch in einer gewissen Art und Weise auseinandergelebt. Und das hat sich auch schon angedeutet. Deswegen konnte man mit den Gedanken, dass es irgendwann vorbei sein wird, halt auch schon beginnen. Es war jetzt kein harter Cut. Von daher fiel mir das ja relativ einfach tatsächlich. Natürlich denkt man da auch noch immer drüber nach und überlegt, woran hat es gelegen und analysiert und so weiter. Aber ich bin halt auch immer der Meinung, warum sollte man so viel Zeit und Gedanken in Dinge investieren, die vorbei sind, die in der Vergangenheit liegen? Die Zukunft kann viel schöner sein und da gibt es so viele Dinge, die halt auch in der Zukunft passieren werden. Deshalb, ja, habe ich damit halt schon abgeschlossen. Klar kommen manchmal die Gedanken immer noch hoch, ach wie wäre das jetzt, wenn er jetzt hier wäre oder keine Ahnung. Aber das ist tatsächlich, ja, relativ gut bei mir auch verarbeitet und hatte auch viele Freunde, die bei mir waren, die sich immer darauf unterhalten haben, die mir dann auch Mut gemacht haben und auch Kraft gegeben haben. Also von daher hat das alles schon wunderbar funktioniert. Das heißt, mit dem Wissen, wie das ist, mit einer Beziehung in der Öffentlichkeit zu stehen, würdest du in der nächsten Beziehung, also aktuell, das kann man ja sagen, bist du ja Single, würdest du diese Beziehung dann wieder so in die Öffentlichkeit tragen oder wie würdest du damit umgehen? Ich glaube tatsächlich, ich würde das ein bisschen, ja, auseinanderhalten. Also ich würde jetzt meinen Partner jetzt nicht in dem Projekt so sehr mit involvieren. Einfach auch aus, ja, verschiedenen Gründen. Erstens weiß ich überhaupt nicht, ob mein Partner das überhaupt möchte. Dann möchte ich auch nicht, dass die Beziehung darunter leidet, dass man zum Beispiel in der Öffentlichkeit steht. Deshalb würde ich das beim nächsten Mal tatsächlich ein bisschen, ja, dezenter auch machen. Ich meine, es wird früher oder später, meine, die Follower gerade auf Instagram sind ja nicht doof, wenn man halt irgendwie in Menschen, keine Ahnung, jeden Tag markiert oder mit dem jeden Tag was unternimmt, dann wird das schon auffallen. Dann werden die natürlich fragen, ist das jetzt ein neuer Freund? Und an einem gewissen Punkt kann man dann halt nicht mehr anders und dann weiß es halt jeder. Aber ich werde jetzt nicht an den großen Glocken hier. Extra Video, Breaking News. Das ist jetzt mein neuer Freund und ja, der ist jetzt hier mit dabei, sondern das wird einfach so ein fließender Übergang sein, glaube ich. Also wenn sich der Partner dafür dann auch interessiert, also wenn jetzt mein Partner sagen würde, nee, er hat darauf gar keine Lust, dann ist das halt auch so, weil ich das Projekt eben jetzt so ausgestattet habe oder so strukturiert habe, dass ich jetzt auf keinen Partner angewiesen bin oder eigentlich auf keinen einzelnen Menschen, um eben solche Probleme aus dem Weg zu gehen. Und das würde ich dann auch einfach dem Partner dann seiner freien Entscheidungsgewalt dann auch lassen, ob er darauf Lust hat oder eben nicht. Aber ich würde es jetzt nach jetzigem Stand tatsächlich erstmal sagen, erstmal lernt man sich kennen, bevor andere ihn kennenlernen. Wenn wir uns jetzt auf die neuen Videos fokussieren, ein ganz großer Inhalt, wie du schon gesagt hast, sind einmal die CSD-Videos und zum anderen Interviews oder auch Gespräche mit Menschen, die irgendwas erlebt haben. Nach welchem Schema gehst du davor? Das heißt, was ist dein Grundgedanke? Was willst du damit erreichen? Also wo ist genau deine Zielgruppe? Also was ich damit erreichen will, ist ja ganz klar, ich möchte Leuten andere Menschen vorstellen mit ihren Geschichten, auch eine gewisse Art Aufklärung zu leisten, in welcher Form auch immer, ist natürlich in den Videos immer unterschiedlich. Aber in erster Linie möchte ich natürlich auch den Leuten zeigen, dass sie vielleicht mit ihren Geschichten nicht alleine sind, dass es ganz viele andere Leute auch gibt, die Ähnliches durchgemacht haben, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und natürlich auch in einer gewissen Weise, was gerade bei den CSD-Videos der Fall ist, auch zu unterhalten und zu zeigen, wie es denn in den Städten so aussieht oder ausschaut. Ja, ich habe oft immer gehört, ja, ich möchte gerne mal zum CSD nach Hannover fahren und ich weiß gar nicht, wie ist denn da die Stimmung überhaupt? Lohnt sich das überhaupt? Wie ist denn da so, wie sind die Leute da so drauf? Und dann gebe ich halt ein, CSD Hannover und werde kein Video von Queer Format sehen, aber bestimmt andere Videos. Und sowas ist halt auch, finde ich, auch für die CSD-Vereine relativ gut, dass man sich dann halt auch in einer gewissen Art und Weise eine Werbeplattform für ihren, ja auch für ihre Forderungen dann auch geben kann. Mittlerweile bist du ja auch schon auf ganz vielen CSDs gewesen und bist mittlerweile ja eine gewisse Persönlichkeit auch, die bei vielen CSDs mit dabei ist. Man sieht es bei dir immer wieder bei Instagram, du wirst oft verlinkt, du machst ganz viele Selfies. Wie fühlt sich das an, dass du dann doch immer wieder erkannt wirst, besonders bei den CSDs? Das ist eine sehr spannende Frage. Erstmal fühlt es sich natürlich schön an, dass man Leute sieht oder trifft, die Videos schauen, weil hinter diesen Zahlen, die man halt unter den Videos immer sieht, verbergen sich ja auch Menschen. Und die liegt immer zu sehen, was das für welche sind, wie die so drauf sind. Das finde ich immer ganz, ganz interessant und das freut mich. Natürlich kommt man irgendwann in einen Punkt, wo einem das auch zu viel wird. Also ich habe tatsächlich manchmal so den Gedanken, okay, ich würde jetzt gerne hier aus dieser Situation heraus, weil man dann natürlich erstens das nicht gewohnt ist und man auch das nicht gelernt bekommt, wie man sich in solchen Situationen verhält. Weil es kommen wildfreunde Menschen auf einen drauf zu, die so tun, als ob man sie schon ewig kennt, was natürlich der Fall nicht ist. Also sie kennen mich schon ewig, aber ich kenne sie ja nicht. Und das ist dann halt so ein bisschen weird, weil die kommen dann drücken mich und ich denke mir so, okay, wer bist du überhaupt? Da habe ich schon manchmal so ein paar komische, ja, fühle ich manchmal komisch, aber ansonsten ist es eigentlich ganz schön. Wenn ich privat unterwegs bin, das gibt es ja auch, also ich bin ja nicht immer nur mit der Kamera unterwegs, gerade in Clubs wird man auch oft angesprochen, obwohl man halt gar nichts, also man einfach privat da ist. Und da bin ich halt auch so, da werden das Wort halt auf einen mehr geachtet, also ich kann mich nicht so frei fühlen, wie ich das vielleicht in manchen Situationen machen wollen würde, weil ich im Hinterkopf habe, okay, wenn hier zehn Leute kennen, mindestens, also manchmal sind es dann noch mehr, also wenn zehn Leute einen nur ansprechen, und das sind ja auch nicht nur die, die einen kennen, sondern ganz viele andere, die halt nichts sagen, weil sie sich nicht trauen oder keine Ahnung warum, dann sind die Augen schon auf einen gerichtet. Da muss man natürlich aufpassen, okay, wie gebe ich mich ja, was mache ich jetzt hier, kann ich jetzt noch einen Drink trinken, ohne dass, ja, das irgendwie dumm ausgelegt wird, oder wenn ich jetzt mit einem bisschen näher komme, dann heißt es gleich, ja, der macht hier mit jedem rum. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen, das ist natürlich dann so die Schattenseite, dass man dann ungewollt in der Öffentlichkeit steht, obwohl man das vielleicht gar nicht will, auch im privaten Raum, nicht nur halt vor der Kamera. Denkst du aber, dass du dich wirklich, dass du wirklich eingeengt bist, oder machst du dir diese Schranke eher nur im Kopf? Naja, ich, also eingeengt jetzt im physischen Sinne natürlich nicht, also außer sie kommen auf mich drauf zu und umarmen mich dann eine halbe Stunde lang, dann fühle ich mich eingeengt, aber ja, ich glaube, das ist tatsächlich eher so psychisch bedingt, dass ich mir das selber so im Kopf die Gedanken mache, obwohl ich, ja, das vielleicht gar nicht muss, weil ich, weil die Leute vielleicht alle ganz toll sind, aber man weiß ja immer nie, was so über jemanden erzählt wird. Weil ich meine, dass man in der Öffentlichkeit steht und viele einen kennt, das weiß ich, und dass halt auch viele Geschichten erzählt werden, die nicht stimmen, das weiß ich auch, das bekomme ich natürlich auch immer öfters mit, wenn ich mit Leuten so spreche, wo man dann merkt, okay, es gibt ja doch so einige Gerüchte, die dann irgendwann auftauchen, wo man sich dann so die Frage stellt, haben die Leute keine anderen Probleme, als überein zu lästern? Aber das lässt mich natürlich kalt oder zum Glück lässt mich das kalt, weil ich meinen Prinzipien treu bin und ich auch mit ruhigem Gewissen sagen kann, dass zum Beispiel das Gerücht mal die Runde gemacht hat, dass ich mit meinen Interviewpartnern schlafe. So, und da lache ich einfach nur drüber, weil ich genau weiß, dass das nicht so ist und die Leute, die ich interviewe, wissen das auch, dass das nicht so ist und deshalb ist das für mich halt kein Problem. Aber wenn dann so Gerüchte kommen, ja, ich habe meinen Partner betrogen oder so, das finde ich dann schon ein bisschen grenzwertig, das muss nicht sein, aber damit muss man auch klarkommen, ja, da muss man dann selbst sich irgendwie eine Lösung schaffen, wo man sagt, damit, also so kann ich diesen Swaggle im Kopf da so ein bisschen umgehen. Gehst du dann, wenn du drehst, in so eine Art Öffentlichkeitsmodus, wenn du sagst, du tust das von dir versuchen, ein bisschen zu trennen oder wie, wie fühlt sich das an? Also was geht dir durch den Kopf kurz, bevor du auf ein CSD gehst und du ja ganz genau weißt, dass sich dann wahrscheinlich sehr viele Leute werden erkennen, wie bereitest du dich da auch mental darauf vor? Anfangs habe ich mich da gar nicht drauf vorbereitet, stand dann einfach da und dachte jetzt, okay, es geht los, Kamera läuft. Mittlerweile überlege ich mir im Vorfeld schon, was frage ich die Leute, wie möchte ich den Beitrag ungefähr aufbauen und dann habe ich jetzt mittlerweile so ein Ritual entwickeln können, das mir auch sehr viel hilft. Also ich hatte immer auf den CSD das Problem, erstmal so in Gang zu kommen, also man ist in einer fremden Stadt, fremde Leute, ich glaube, kein normaler Mensch springt dann da rum und schreit jeden an oder sagt jeden, hallo, ich bin Julian, hallo, guck mal hier, willst du Interview machen? Sondern man guckt erstmal so ein bisschen, das heißt, man braucht so eine Art Grundstimmung. So, das kann mit Alkohol passieren, mache ich aber nicht, weil man natürlich auch ein bisschen professionell wirken soll, das heißt, ich höre während der Fahrt laut Musik. Ich verwende davon laut Musik, Lieder, die ich halt mag, die ich cool finde, manchmal mit Kopfhörer, manchmal müssen die anderen, die im Auto sitzen, das auch mit ertragen. Ja, und dann machen wir praktisch so eine kleine Party, um einfach ein bisschen Stimmung zu kommen und das klappt sehr gut und dann bin ich halt auch schon sehr motiviert und schon lockerer und dann kann man auch besser dann mit den CSD dann auch beginnen, ohne irgendwie ja erstmal eine halbe Stunde zu gucken, okay, was mache ich jetzt überhaupt so irgendwie. Es fühlt sich doch immer noch komisch an, wenn man dann, wenn es dann halt wirklich losgeht. Deshalb habe ich halt so meine kleine Warm-Up-Phase, die auch ganz gut funktioniert. Und wenn ich dann drin bin, das dauert meistens so eine viertelhalbe Stunde, dann geht's los und manchmal tanken die Leute tatsächlich, ob ich betrunken bin oder so, weil ich einfach so aufgedreht bin. Aber nee, ich bin da einfach so dann in Freuden-Modus. Das heißt, ein bisschen gezwungenermaßen jetzt glücklich oder ist das dann eher so, ich versuche jetzt glücklich zu sein und dann bin ich wahrscheinlich auch glücklich. Wie ist das bei dir? Naja, es gibt natürlich Tage, wo man, das ist ganz klar, man den Termin hat und man hat einfach keinen Bock. So, das kommt vor, das kommt auch, wenn man auf Arbeit geht, da hat man auch immer einen Tag und sagt, man hat keinen Bock. Aber man ist ja professionell und dann sagt man, okay, wie kann ich jetzt diese schlechte Laune, die ich habe, so verstecken, dass es halt keiner mitbekommt. Und da hilft zum Beispiel Musik. Also einfach dann die Gedanken, die man vielleicht hat, einfach auszublenden. Und dann ist man halt auch einfach, also ich bin halt auch ein Mensch, der halt von Musik sehr gut mitgenommen wird. Und dann, wenn er mal eine schlechte Zeit hat, Musik kommt und dann einfach wieder fröhlich ist. Und so funktioniert das dann da auch. Und dann bin ich auch wieder glücklich und freue mich dann auch die Menschen, die ich dann da sehe. Also die ganzen guten Farben und die Leute, die fröhliche sind, das zieht dann einfach ein mit. Da kann man gar nicht, kann keine schlechte Laune mehr haben oder irgendwie keinen Bock haben. Das ist einfach, das ist schön. Das ist auch so CSDs, ich finde die CSDs so toll. Also das ist wirklich so, wirklich Balsam für die Seele. Weil man einfach Menschen sieht, die einfach so lebensfroh sind, die so einfach so toll sind, die tolle Geschichten haben. Ja, da kriegt man immer Gänsehaut, wenn man dann da so sieht und wenn man sich die Bilder anschaut. Also ich fände das toll. Auch gerade hat man nochmal eine gewisse Erinnerung, wenn du das Ganze eben nochmal mit festhältst. Das heißt, was sind da die drei besten Lieder bzw. Hits, die du da empfehlen kannst, so als kleinen Service-Tipp für alle Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja, es kommt natürlich darauf an, was ihr so für Songs mögt. Also ich bin eher so, wenn ich auf CSDs unterwegs bin, dann brauche ich so ein bisschen schnelle Musik, so ein bisschen Elektromusik. Da brauche ich auch mal so ein bisschen Deutschrap, auch wenn das nicht ganz so passt. Katja Krasowitsch zum Beispiel, die hat immer sehr interessante Liedtexte, wo man auch gut mitsingen kann. Ich mag unheimlich gerne Sixten für solche Fahrten, weil die auch so ein bisschen verruchte Lieder haben. Und ansonsten natürlich so ganz normal Pop-Lieder, die meistens noch so ein bisschen gemixt sind. Manchmal geht auch Schlagerhähne Fischer, finde ich ganz toll. Hähne Fischer ist meistens auf der Rückfahrt, um so ein bisschen runterzukommen. Ja, das wären so meine Musik-Tipps. Und wenn euch das nicht gefällt, dann macht ihr einfach die Apple Music Workout-Liste an. Die höre ich nämlich auch immer. Die ist auch schön. Sehr gut. Da sind, glaube ich, sehr, sehr viele Tipps schon dabei. Ich glaube, da kann so gut wie jeder und jede irgendwas damit anfangen. Natürlich. Das bedeutet, du hast das vorhin schon so ein bisschen kritisch beäugt, wenn dich Leute umarmen. Das ist immer so eine zwiespältige Situation, oder? Wie schätzt du das ein? Ja, also ich meine, wenn auf dich auf einmal jemand zukommt, den du überhaupt nicht kennst, und er kennt dich aber und drückt dich dann und redet mit dir, als ob ihr schon zehn Jahre befreundet seid, dann ist das, finde ich, schon manchmal komisch, weil so leid es mir tut, aber ich erkenne ja nicht jeden. Ich meine, ich glaube, wenn man mal auf Instagram eine Nachricht austauscht oder einer mal auf meine Story reagiert, dann kenne ich den Menschen ja noch lange nicht und weiß nicht, wer er ist und was er macht und wie er aussieht. Deshalb finde ich das manchmal schon ein bisschen komisch. Aber bei vielen ist das dann so, die fragen mich erst mal, Hallo, bist du der von YouTube? Bist du der nicht von TikTok? Und dann sage ich ja. Und dann, ja, du machst voll schöne Videos, kann ich mal ein Foto mit dir machen? So, das finde ich okay, die sind nicht so aufdringlich. Es geht aber, wenn halt so jemand kommt, der halt schon denkt, er ist bester Freund mit mir, das finde ich ja schon ein bisschen komisch. Muss dann auch nicht sein. Das heißt, du fändest es ganz okay, wenn die dich vorher fragen würden, dass sie dich umarmen dürfen? Ja, ja, ich meine, ich umarmen doch auch nicht einfach irgendjemanden so, ohne ihn vorher zu fragen, ob er das überhaupt will. Jetzt nehmen wir mal die Situation an, jemand sieht dich, traut sich aber nicht, dich anzusprechen. Wie könnte er vielleicht trotzdem dich ansprechen, auch wenn er vielleicht ein bisschen schüchtern ist, die Person? Also wie könnte man da an dich rangehen? Wie wäre es für dich gut, wenn sich jemand nicht so traut? Was würdest du völlig in Ordnung finden? Ja, das, was ich ja gerade schon gesagt habe, wir können ja erst mal fragen, ob ich das überhaupt bin. Weil manchmal, also bei mir ist es jedenfalls so der Fall, wenn ich jemanden Bekanntes sehe, dann, ich kann mir Schlechtgesichter merken. Das ist so ein bisschen mein Problem. Deswegen kann es auch mal passieren, dass ich jemanden vielleicht letztes Jahr von CST getroffen habe und dieses Jahr auch und ich trotzdem nicht weiß, wer ist. Das nimmt bitte nicht übel, aber zu fragen, ob ich das bin und dann sage ich ja und dann kommt das Gespräch von ganz allein und ich kriege tatsächlich auch viele Nachrichten über Instagram, die sagen, ja, ich habe dich gesehen, ich habe mich nicht getraut, dich anzusprechen. Dann schreibe ich immer, ja, ich weiß nicht, alles gut, du kannst mich gerne ansprechen, auch wenn ich vielleicht gerade irgendwie ein Interview mache, dann kannst du kurz warten und wenn das fertig ist, dann kannst du mich gerne ansprechen. Und dann ist das auch kein Problem. Also, die Leute müssen keine Angst haben, mich irgendwie anzusprechen oder ansprechen zu müssen oder dass sie Angst haben, dass sie das machen, wenn ich dann irgendwie wütend bin oder so, das bin ich auf keinen Fall. Ich freue mich immer, wenn Leute dann mit mir sprechen und wir so ein bisschen ins Gespräch kommen. Also, ich versuche auch immer, ja, mit den Leuten auch so ein bisschen zu sprechen, wer sie kommen, warum sie hier sind, wie es ihnen gefällt. Nicht einfach nur Hallo und Foto und Tschüss, sondern auch so ein kleines Smalltalk. Klar, man hat jetzt nicht eine Zeit, nicht zehn Minuten zu unterhalten, weil man ja da auch ein bisschen in Arbeitsstimmung ist und auch seine Sachen auch gut abliefern muss. Aber so ein kleiner Smalltalk, der ist auf jeden Fall immer drin. Und mit ein bisschen Glück, das muss man ja auch dazu sagen, hast du auch immer noch ein bisschen was an Merchandise von Querformat mit dabei? Natürlich, ja, ich habe ganz viel dabei. Also, wir haben von Aufkleber, Gummibärchen über unsere Surprise-Box, über Flyer und ja, eigentlich haben wir ganz viele Sachen, wirklich. Müssen wir eigentlich mal wieder nachbestellen, weil es wird nämlich langsam ein bisschen dünn. Und wir haben Erfrischungstücher, ganz wichtig, bei 40 Grad und man demonstriert, da braucht man auf jeden Fall immer ein bisschen Erfrischungstücher, damit man auch ein bisschen frisch bleibt und man nicht irgendwie aussieht wie so eine zerlaufende Tomate. Aber in der Regel ist es dann so, dann sehen bei so einem CSD fast alle so aus und ich glaube, dann ist das auch nicht mehr ganz so schlimm. Ja, aber wenn man unsere Frischtücher hat, dann sieht man von denen allen am besten aus. Ah, dann erkennt man sozusagen, wer ein Erfrischungstuch von dir hat, weil die Person dann am besten aussieht. Ja, korrekt. Wie viele Fragen dann nach einem Autogramm oder Foto, also von welchen Zahlen reden wir da so? Na klar hängt es wahrscheinlich auch von der Größe des CSDs ab. Ja, drei. Nein, Spaß. Also tatsächlich, Autogramm hat mich bis jetzt noch keiner gefragt. Ich glaube, das ist noch gar nicht mehr so ein Mode-Autogramm. Jedenfalls bei den jüngeren Leuten nicht mehr. So Fotos fragen eigentlich schon einige. Also es kommt natürlich darauf an, wo man halt ist. Also wenn man jetzt in Oldenburg ist, wo man halt noch nie war und das halt auch eigentlich ganz weit weg ist von unserem Kern. Im Sendegebiet. In unserem Sendegebiet, genau. Also unser Anfangssendegebiet, da erkennen jetzt nicht so viele. Da waren es halt auch schon zehn Leute. Aber wenn man halt in Leipzig ist oder auch in Köln, da sind das schon so 20, 30. Also es kommt halt immer darauf an, wie auch die Stimmung ist. Und wenn die Leute immer schon ein bisschen gedruckt haben, dann sinkt ja auch so die Hemmschwelle, dass man jemanden anspricht. Die Angst ist dann nicht so groß, da ist es dann mehr. Ja, wenn die Stimmung nicht so gut ist, dann kommen halt nicht so viele. In Berlin waren tatsächlich gar nicht mal so viele. Lag vielleicht auch daran, dass ich da die ganze Zeit auch nur hin und her gerannt bin. Dass sie sich wahrscheinlich nicht getraut haben, hier anzusprechen. Weil ich dachte, na, wenn der jetzt anspreche und den hier ausbremse, dann schlägt er mich. Ja. Aber es ist immer unterschiedlich. Also das klingt auf jeden Fall schon mal richtig gut. Hast du dann auch im Umkehrschluss mal Angst, Menschen anzusprechen für ein Interview oder einfach so? Gibt es das bei dir auch? Ja, ja, definitiv. Also definitiv bin ich genauso wie jeder andere, wenn ich einen coolen Menschen sehe. Aber irgendwie denke ich, ich weiß nicht, ob der Lust hat und ach nee, ich lasse es doch lieber. Da brauche ich manchmal schon Überredungszeit. Und dann mache ich es auch, aber es dauert natürlich. Also ich bin da auch wie jeder andere auch natürlich erstmal so ein bisschen schüchtern. Aber dann, wenn man merkt, dass der Mensch halt Bock drauf hat, dann ist es auch ganz schnell weg. Aber das ist wirklich in seltenen Fällen so. Meistens gehe ich einfach hin. Der beste Tipp ist immer so von hinten. So kurz antippen. Dann hallo. Und dann steht man doch immer vor denen. Und dann, ja, jemand verkündet mal kurz zur Frage. Und dann sind die immer im Bürobild. Und dann so, kann ich mal kurz was fragen? Und die dann so, ja. Okay, ich komme einfach bei euch in die Mitte. Und dann geht's los. Das heißt, kannst du dich an bestimmte Situationen erinnern? Oder nach welchen Indikatoren ist es dann so, dass du da ein bisschen Schiss hast? Ist es mehr das Aussehen, die Stellung der Person oder wonach richtet sich das vielleicht? Ja, das Aussehen, ganz klar. Also ich habe keine Angst, Ministerpräsidenten oder irgendwelche Bürgermeister zu interviewen. Das ist mir vollkommen egal. Da habe ich gar keine Erbenkiste. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich in meiner beruflichen Laufbahn schon von Ministerpräsidenten über etliche andere Politiker, Bundespolitiker alle schon interviewt habe. Deswegen bin ich da eigentlich ganz entspannt. Bei Politikern muss man auch sagen, ist halt auch deren Job. Und die sind da in der Regel auch recht auskunftsfreudig und freuen sich, wenn sich jemand für die interessiert. Ja, genau. Und bei mir ist das jetzt so, wenn ich, das kann man jetzt mal so heimlich sagen, wenn ich halt so Boys sehe, die richtig heiß sind. Und dann bin ich da schon immer so ein bisschen eingeschüchtert, weil ich dann mich mal nicht so traurig sage, ich ansprache nicht, dass die mich irgendwie einen Korb geben oder so. Aber bisher hat das immer gut funktioniert. Also ich staune, das ist für mich auch immer sehr erstaunlich, dass die dann auch, ja, nicht sagen nein. Und manchmal kriegt man sogar noch einen Kuss. Das ist jetzt keine Anspielung für irgendjemanden aus dem Video, will ich jetzt mal ganz klar hier feststellen. Dann wird im Gespräch dann sozusagen noch die Kirsche aufgesetzt. Nein, die Kirsche ist ja schon das Ansprechen. Die Kirsche ist eigentlich schon, dass er mit mir spricht. Und die Sahne und die Schokoströsel ist dann der Austausch. Ja, Julian, also, was braucht denn ein Typ, dass du Schiss hast, ihn anzusprechen? Das ist eine sehr gemeine Frage. Ich glaube, also bei mir ist es tatsächlich so, ich habe wirklich nicht den Typ Mann. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich stehe auf alle Braunhaarige, ich stehe auf alle Blonden, ich stehe auf große, dicke, gut auf dicke ist vielleicht nicht so, aber auf kleine, große, trainierte, dünne. Das ist mir eigentlich egal, das muss einfach, weißt du, kennst du das, wenn du zum Beispiel im Laden gehst und willst dir was kaufen bei Ikea, einen Blumentopf oder so, sagst, der Blumentopf ist es, den finde ich geil. So. Hast aber vorher keinen Plan, eine Vorstellung, wie da aussehen soll, der Blumentopf, sondern du siehst einfach, dir sagst, der ist es. So ist es bei mir auch. So, ich sehe, der ist hübsch, den möchte ich interviewen. Für ein Kaffermatt, kurz, so, für zwei Minuten vielleicht. Das heißt, jeder und jede, mit dem du schon gesprochen hast, kann sich sehr, sehr drüber freuen, weil du sie, natürlich erst mal auf dem CSD ist es ja klar, kann man erst mal nur nach dem Äußeren gehen, dass du die Person interviewt hast. Ja, also ich sag mal so, ich interview, ich hab da verschiedene Kategorien, die ich jetzt nicht verraten werde, aus betriebstechnischen Gründen. Aber einige, die ich schon hübsch finde, die interview ich dann, weil ich sie hübsch finde. Andere halt, weil sie entweder cool drauf sind oder sie halt einfach mit rein müssen, um auch ein gewisses Gleichgewicht oder ein gewisses Ausgleich dann auch zu haben. Für, damit man, sag ich mal, für alle Menschen, die halt uns mögen, uns schauen, auch was bieten kann. Das finde ich auch wichtig. Also ich meine, ist ja jetzt keine Julian-Mittisch-Show, der jetzt nur das da rein, was ihm gefällt, geht, sondern es soll ja eine Abbildung von CSD sein. Und wenn man dann natürlich noch so ein paar Kirschen raussucht, dann ist das ganz gut. Sahnesucher, aber nur so lange wie ich Single bin, das steht erst mal hier klar. Also dann, wenn ich dann irgendwann auf CSDs bin und werde keine Sahne mehr euch zeigen, aber das klingt irgendwie auch ein bisschen komisch, aber ihr wisst, was ich meine, dann ist da irgendwas vielleicht im Busch. Das klingt auf jeden Fall spannend. Wir bleiben bei den Punkten, wenn du, dass du in der Öffentlichkeit stehst und auch dein Instagram-Profil, da gibst du dir sehr viel Mühe. Und was auch sehr auffällt, dass du dich bei Instagram sehr häufig sehr freizügig zeigst. Also so gefühlt einmal im Monat ist auf jeden Fall ein Trainingsbild oder Trainingsvideo von dir ausschließlich in Boxershorts. Die ersten ein, zwei, drei Bilder sind, oder sieht man, dass du dich da sehr freizügig zeigst. Dein Profilbild ist aktuell oben ohne. Bist du da sehr stolz auf deinem Körper oder warum zeigst du deinen Körper so viel? Ich habe einfach keine Sachen im Schrank. Die sind alle zur Wäsche, also was soll ich machen? Ja gut, die Bilder sind ja angepinnt. Also du hast ja auch noch viele andere in Kleidung. Das stimmt. Nein, also ich, ja, das weiß ich, also ich habe immer so das Problem, also ich habe immer das Gefühl, dass das alles, was noch so ein Thema ist, der zeigt sich freizügig, weil er sich geil findet oder weil er auf irgendwas aus ist. Also ich finde einfach, wenn man sich schön findet, ich muss sagen, ich finde meinen Körper nicht schlecht, es kann natürlich immer besser gehen, ist ja klar, aber ich bin immer der Meinung, wenn man etwas schön findet, dann kann man das auch zeigen. Also natürlich soll das auch immer im Rahmen des Jugendschutzgesetzes sein, also ich werde jetzt kein Nacktbild posten oder auch nicht irgendwie mit nur einer Hand davor, ist ja ganz klar, aber ich habe die Frage oft gestellt und vergleiche das immer so, wenn ich jetzt am Strand bin, dann laufe ich halt auch nur mit Hose rum und da sagen jetzt die Leute auch nicht, ja, der ist so freizügig und warum macht der das? Sondern es ist halt einfach so und ja, ich werde auch so ein bisschen, vielleicht gibt es auch ganz viele Leute, die ja sich auch gerne ein bisschen mehr zeigen wollen und ich bin auch der Meinung, nur wenn man jetzt trainiert ist oder schlank ist, muss man sich zeigen, man kann sich auch zeigen, wenn man sich in seinem Körper wohlfühlt und wenn man halt auch ein bisschen, ja, gut gebaut ist. Also ich meine, es gibt ja auch Bodybuilder, die liegen 150 Kilo und zeigen sich auch, dann soll man das auch machen, also man muss jetzt sich nicht nur zeigen, wenn man halt dünn ist, sondern auch, wenn man sich wohlfühlt, ja. Also wenn man halt das Gefühl hat, okay, ich fühle mich mit meinem Körper wohl und möchte das auch zeigen, dann sollte nicht irgendwie was ja im Wege stehen. Klar hat man dann immer Kommentare, ja, guck dir mal an, wie dünn der ist oder der hat ja gar keine Muskeln, mach das trotzdem, aber das ist halt, ja, dann sollen die Leute halt reden, aber man fühlt sich ein, wenn man sich selber im Körper wohlfühlt, dann macht das auch mit, ja, mit seinem Selbstbewusstsein was, man muss sich nicht irgendwie verstecken. Also ich weiß es noch damals als Kind, da war ich sehr dünn und war auch immer sehr eingeschüchtert von mir, weil ich halt mich nicht schön fand. Ich hatte meine Haare, wenn ich mir jetzt Bilder angucke, wie das alles furchtbar aussah. Also ich weiß nicht, was meine Mutter damals mit mir gemacht hat, aber es war nicht im Wohle des Kindes. Da war ich halt auch eingeschüchtert. Und das kam eigentlich erst so im Laufe des, der Jahre, auch durch mein Outing dann, dass man natürlich dann so ein bisschen sich auch so zeigen kann, wie man halt will, wie man ist. Man muss sich nicht vor jemandem verstecken und sich irgendwie verändern. Deswegen sage ich mir halt, wenn ich mit meinem Gewissen was vereinbaren kann, dann mache ich das halt. Und wenn andere sich daran stören, dann sollen sie entweder mich entfolgen, mich nicht angucken, keine Ahnung was. Aber für solche Menschen, das habe ich tatsächlich auch eine Zeit lang gemacht, werde ich mich jetzt nicht mehr irgendwie verstellen oder verdrehen, sondern einfach so leben, wie ich will. Und wenn es jemandem so gefällt, dann ist es auch schön, wenn nicht, dann halt auch nicht. Wenn du jetzt noch ein bisschen bei dir und deinen Posts bleibst, also erstmal eine sehr, sehr, sehr interessante und durchaus, wie ich finde, gute Einstellung. Wenn du jetzt noch ein bisschen bei dir bleibst, was auch auf deinen Bildern so gut wie nie fehlt, sind die Socken von Puma. Am besten weiße Puma-Socken. Warum? Ich habe auch Adidas, ich habe auch Nike und ich habe auch Hummelssocken. Die habe ich jetzt ganz neu tatsächlich. Ja, ich finde die schön. Also ich finde, wenn ich zum Beispiel am Abend auf der Couch liege, dann halt mal so ein Foto, dann erfreut mich das. Und ich weiß natürlich auch, dass viele Menschen auch auf Sockenbildern, ja, das interessant finden. Ich sage mal attraktiv vielleicht auch. Und mir gefällt das auch. Und ich finde auch, ja, so weiße Socken, ich weiß nicht, das finde ich hat auch was von Reinheit. Keine Ahnung. Also ich weiß, schwarze Socken mag ich auch nicht. Ich habe eigentlich sehr oft weiß. Gerade habe ich weiße Adidas Socken an. So, mal längere, mal kürzere. Das ist unterschiedlich. Nein, aber ich finde auch so, weiße Socken passen auch besser zu Schuhen. Also ich habe halt natürlich auch nur weiße Schuhe. Aber wenn ich halt an weißen Schuhen schwarze Socken trage, dann wirkt das irgendwie ganz komisch. Und ich bin eh so ein Typ, der helle Sachen trägt. Also ich bin eigentlich einer, der ja wenig dunkle Sachen trägt. Also mal eine schwarze Hose. Aber eigentlich habe ich sehr viel weiße T-Shirts. Und auch helle Hosen, helle Schuhe, helle Sachen. Also da würden schwarze Socken auch nicht hinpassen. Das heißt, du hast auch viel Kleidung von Calvin Klein. Du hast ja auch jetzt gerade ein weißes Calvin Klein T-Shirt an. Das kann man jetzt ja auch noch so verraten. Denkst du, dass du das wirklich gut findest? Oder denkst du, dass das so ein bisschen, weil das ist ja auch so in diese, das geht ja auch schon so ein bisschen in diese Fetischricht. Denkst du, du ziehst das an, weil du das wirklich gut findest? Oder ist das mehr so konditioniert? Also ich ziehe Calvin Klein an, weil ich den Schnitt von den T-Shirts sehr gut finde. Also ich mag es auch, also ich stehe nicht auf T-Shirts, die so labbrig sind oder die halt so übergrößen haben, sondern ich mag es, wenn das eng anliegt, sag ich mal. Also man, ja, auch nicht zu lang. Also wenn du jetzt hier mal schaust, das ist jetzt auch, ups, kein T-Shirt, was jetzt irgendwie bis zu meinen Ellenbogen geht, sondern das ist relativ zeitlich auch abgeschritten, dass man auch so ein bisschen die O-Wabe sieht, ja. Man trainiert ja auch. Aber ich finde, die Kleidung, die gefällt mir. Was ich bei Calvin Klein nicht so toll finde, ist, wenn man die 20 Mal bestellt, das alles ein bisschen aus wie jetzt das der Fall ist, dann liegt das nicht mehr ganz so eng an. Das finde ich dann nicht ganz so schön. Aber ansonsten trage ich auch sehr gerne Nike. Und, ähm, ja, ich bin schon so ein bisschen, ja, wie nennt man das so, markenbehaftet. Also ich ziehe gerne Markensachen an, weil ich auch von der Qualität überzeugt bin. Und wenn ich mir Sachen kaufe, dann halt nicht nur für einmal, sondern ich soll den auch schon ein bisschen enger halten. Äh, genau, das ist eigentlich so der Grund. Und natürlich, Calvin Klein hat auch immer so den Hintergrund, dass viele, äh, queere Leute das auch tragen. Und ich weiß, ob du dich daran erinnern kannst, ähm, in Oldenburg hat auch mal eine Drag zu mir gesagt, ja, alle, die Calvin Klein tragen, haben einen kleinen Penis. Äh, das ging auch bei TikTok sehr steil. Und seitdem trage ich eigentlich auf CSDs nur Calvin Klein, um einfach auch so ein bisschen provokant zu wirken. Und nein, ich werde jetzt diese Frage nicht beantworten, ob das wahr ist oder nicht. Ja, wir sind ja auch in einem Podcast, ne, da kann man ja schlecht gucken. Na, du könntest jetzt das sehen. Ja, das stimmt. Ich könnte, ich könnte auch wetten, dass du wahrscheinlich jetzt auch, äh, wieder Calvin Klein Boxershots an hast. Wahrscheinlich in weiß. Nee. Sondern? Du möchtest dich, du möchtest quasi entgehen, dass, äh, der Aussage entgeht, dass du gar keinen an hast. Genau. Wirklich, Julian. Ja, ich bin gleich, ich bin gleich auf dem Weg zur Dusche. Du hast wirklich, also. Du hast wirklich gerade keine Boxershots an? Ich habe jetzt nur eine Trainingshose an, tatsächlich. In welcher Farbe? In schwarz, Adidas. Okay. Okay, was ich auch total schön finde, was auch einen, ja, einen etwas größeren Teil bei dir bei Instagram ausmacht, ist deine Tierliebe. Ja. Du magst Alpakas sehr, sehr gern. Ja. Und ich weiß, dass du sogar Alpaka-Seife hast bei dir zu Hause. Das ist korrekt. Und ich habe Alpaka-Kuscheltiere. Und ich habe, was habe ich noch von Alpakas? Ich habe, glaube ich, ganz viel von Alpakas. Ich habe Alpaka-Postkarten, Bilder, alles. Wie hat das angefangen, diese Alpaka-Liebe? Oh, das weiß ich. Es fing damals an mit Schafen. Schafe fand ich auch niedlich und die waren dumm. Also ich finde Schafe ja unglaublich dumm. So. Und bei Alpakas ist das ja eh nicht mehr. Alpakas sind, gucken nicht nur, also die gucken nicht nur dumm, die sind auch ein bisschen doof. Aber die haben so eine schöne Wolle und die Wolle riecht nach Popcorn. Und ich habe irgendwo mal bei Instagram gelesen, dass Alpaka nach Popcorn riechen. Und ich wollte unbedingt gucken, ob das wirklich so stimmt und die nach Popcorn riechen. Also bin ich zu einer Alpaka-Farm gegangen, habe die ans Fell gerochen und ja, die riecht nach Popcorn. Und die waren irgendwie so niedlich, weil die machen auch so komische Geräusche, so. Das fand ich irgendwie so richtig süß, aber auch doof, dass ich gesagt habe, das passt eigentlich zu mir. Ja, also ich bin irgendwie auch ein bisschen süß, aber auch doof. Irgendwie so, ja, keine Ahnung. Deswegen dachte ich mir so, ja, also wenn nicht die, welche Tiere würden mich sonst verkörpern? Und seitdem ist die Alpaka-Liebe, ja, entstattet, wenn du hier schaust. Die Zuhörer sehen das jetzt nicht und Zuhörerinnen. Aber ich habe mir ja auch so ein Alpakatier auf meinem Schrank stehen. Da oben steht sogar zwei Alpakas. Ja, genau. Ein drittes ist auch noch daneben. Das sind übrigens alles, die heißen Alphons. Meine Alpakas heißen alle Alphons. Und, ja, steht da und bewacht mich. Und irgendwann will ich auch mal noch eine Alpaka-Wandlung machen, weil ich weiß nicht, die sind einfach so süß. Also die gucken immer so niedlich. Und ich habe ja auch mal so ein Alpaka-Baby auch schon mal auf dem Arm gehabt und gestreichelt. Ja, das sind einfach so schöne Tiere. Die sind auch so, eigentlich sind es ja Fluchttiere. Aber ich habe mir mal gesagt, wenn ich mal Alpaka möchte, das darf nicht flüchten. Das muss bei mir immer in der Wohnung sein, weil ich das ja auch dann streicheln will. Und wenn ich das kuscheln will und wenn ich das Bett nehmen will. Oh, ja, dann müssen wir das Lied umdichten, dass kein Pferd, sondern ein Alpaka bei dir auf dem Flur steht. Ja, genau. Ja, aber das würde dann auch so mit mir auf der Couch schlafen. Ja, und dann wird das immer schön gestreichelt und die Wolle wird geschoren. Aber nicht zu viel, weil ich mag das nicht, wenn die so kurz geschoren sind. Da sehen die irgendwie komisch aus. Kann man das auch auf Jungs übertragen? Du magst nicht, wenn es so kurz geschoren ist? Ich mag es nicht, wenn es kurz ist. Doch, ich mag es, wenn es kurz ist. Also man kann es nicht übertragen. Also ich mag jetzt keine Männer, die eine Glatze haben. Also auf dem Kopf meine ich jetzt. Also woanders schon. Ach Gott, du machst mich schon mal ganz verrückt. Also dieses Gespräch, ich schwitze hier 100 Liter Wasser. Diese Fragen, also ich muss sagen, das ist so ein bisschen Landstyle. Aber ich meine, das Gute ist ja, wir wissen ja, dass du sehr luftig angezogen bist. Nee, das läuft alles hier schon runter. Sehr gut, im Himmelsfeld. Ich muss aber auch dazu sagen, dass es heute, als wir den Podcast aufnehmen, auch wirklich sehr, sehr warm ist. Das muss man wirklich mit dazu sagen. Unglaublich warm. Aber du hast so von Alpakas geschwärmt. Ich persönlich finde Alpakas gar nicht so cool, weil wir haben in der vierten Klasse mal eine Alpaka-Wanderung gemacht. Und das Tier, das ich da an der Leine rumführen sollte, das war total störrisch, ist ständig stehen geblieben. Ja, natürlich. Und ein anderes Alpaka, das hat eine Klassenkameradin voll auf den Oberschenkel getreten. Und wir waren dann auf Klassenfahrt, den Tag später waren wir im Schwimmbad. Und man hat wirklich diesen Hufabdruck auf ihrem Oberschenkel als blauen Fleck gesehen. Das tat mir echt ein bisschen leid, weil das war auch die Klassenkameradin, die sich voll drauf gefreut hat. Und ich weiß nicht, also ich habe da eher so durchwachsene Erinnerungen an Alpakas. Ich sage ja, Alpakas sind wie ich. Ja. Also sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Ich kann auch mal austreten, ich kann aber auch mal störrisch irgendwo an der Ecke stehen. Ja gut, nur frisurentechnisch passt das bitte noch nicht so ganz. Nee. Ein bisschen ein paar Locken noch rein. So ein bisschen, ja. Na, nee, das habe ich gehört, soll mir wohl nicht so stehen, deswegen bleibt das nicht. Ich nehme diesen Trend nicht mit mit lockigen Haaren. Das heißt, nur weil das andere sagen, machst du das nicht? Sag mal so, die haben es auch gut begründet und ich habe mir das dann auch mal angeschaut und dachte, die mir so, nee, nee, passt nicht so. Meine Kopfform ist dafür auch ein bisschen nicht, glaube ich, nicht geeignet. Ich habe mir so ein bisschen einen komischen Kopf. Also das Marketing-Alpaka, was ja früher Horst war vom Leipziger Zoo, ist jetzt Sancho. Das habe ich schon getroffen. Hast du das gestreichelt? Ja, habe ich auch gestreichelt. Ist das zahm? Ja. Na klar, man kann ja keinen wilden Alpaka mit auf so Presseveranstaltungen nehmen. Also da war ich bei einer Presseveranstaltung mal im Leipziger Zoo. Und natürlich darf das Lama Sancho dann auch nicht fehlen. Aber Lama ist nicht Alpaka, das ist ein Unterschied. Ui, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich da mit… Ja. Oh ja, jetzt hast du recht. Das ist gar kein Alpaka. Also Lamas finde ich auch nicht schön. Lamas finde ich ein bisschen komisch. Die haben so komische Ohren und sehen ein bisschen, ja halt, wie, weiß ich, die gefallen mir einfach nicht. So Alpakas, die sind halt so klein, kuschelig, weich, haben so kleine Öhrchen, so braune, große Augen. Sehen so ein bisschen aus wie ich. Nein, also dann ist Sancho doch kein Alpaka, sondern ein Lama, weil Sancho hat, glaube ich, recht große Ohren. Gut, nee, dann würde ich die nicht sehen. Ist aber trotzdem ganz lieb und kuschelig. Naja, gut. Ja, Julian, jetzt haben wir sehr, sehr viel über dich erfahren. Ich glaube auch. Ich glaube, wir können uns noch Stunden länger unterhalten, aber ich weiß, dass du noch sehr, sehr wichtige Wissenstermine hast, die jetzt gleich noch im Anschluss stattfinden werden. Kaffee und Kuchen? Ja. Geschäftsessen nennt man sowas. Andere würden sagen Geburtstagsfeier. Ja, andere sind ja auch anders als ich. Ist ja auch gut so, ja. Ich wollte jetzt sagen, wenn alle so wären wie ich, ich glaube, da würde, nee, da würde es, glaube ich, nur Chaos geben. Ich glaube, es wäre dann auch ein geordnetes Chaos, weil dann alle so sind. Also von da ist das ja auch nicht so schlimm. Ja, bestimmt auch wieder. Aber das ist doch ein tolles Schlusswort, dass die Diversität der Welt doch sehr, sehr, sehr gut ist in jeglicher Hinsicht. Und damit, Julian? Auf alle Fälle. Dir vielen Dank. Du hast recht. Ja, ich habe zu danken, dass ich in deinem ersten Podcast zu Gast sein durfte. Sehr gern. Der ja irgendwie doch auch meiner ist. Also ich finde das ein bisschen komisch. Julian, was für ein tolles Gespräch. Wir haben echt richtig, richtig viel über dich erfahren. Und toll, dass wir uns so gut austauschen konnten. Ja, auf jeden Fall. Also es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und wir harmonieren sehr gut zusammen. Ja, definitiv. Ja, nur bei den Alpakas. Da kommen wir nicht ganz so zueinander. Das stimmt. Aber das kriege ich auch noch hin. Dann müssen wir mal ein gemeinsames Alpakatreffen ausmachen. Genau. Eine Alpaka-Wanderung. Ich werde dich mit den Alpakas wieder vertraut machen. Deine Kindheitserinnerung, die du daran noch hast, das werde ich auflösen. Und dann würdest du die Alpakas alle wieder lieben. Und das, glaube ich, wird sehr, sehr schön. Das finde ich sehr gut. Da freue ich mich schon mal drauf. Und wenn ihr auch mit uns eine Alpaka-Wanderung machen wollt oder ihr vielleicht eine spannende Geschichte habt, dann schreibt uns einfach gern. Die Infos und die Kontaktdaten findet ihr alle unten in den Shownotes. Und dann freue ich mich auch schon auf die nächste Ausgabe von Querformat der Podcast. Da habe ich wieder mit einem spannenden Gast gesprochen. Ja, auf alle Fälle. Ich bin auch schon gespannt. Ich weiß nicht, wer es ist. Wir werden es dann erfahren, wenn wir es hören. Und bis dahin gedulden wir uns einfach schon ein paar Videos noch auf YouTube an. Oder macht Alpaka-Wanderungen. Oder was auch immer. Genießt das schöne Wetter. Oder auch das schlechte Wetter. Man weiß es nicht, wie es gerade draußen ist. Julian, es gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt nur schlechte Kleidung. Da hast du recht. Dann kleidet euch gut mit Kevin Klein. Und Pumasocken. Also, wenn es nach meinem Geschmack geht, geht es auch nonem. Hauptsache, es sieht gut aus. Gut, das ist auch gut. Das finde ich gut. Julian, das sind unsere Schlussworte. Ich freue mich auf das nächste Mal. Und dann dir noch einen wunderschönen Tag, Julian. Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschaui. 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 Tschaui.